Leute, was geht ab? Heute gibt es etwas ganz Spezielles und zwar einige von euch haben es ja schon mitbekommen und zwar wir haben eine neue Competitive Map rausgehauen und zwar Boss Wars, Leute. Hier sehen wir das Ganze, hier seht ihr auch die Map, Leute, mit dem Trailer alles drin und dran, Leute, das ist wirklich eine geisteskranke Map und könnt ihr gerne mal auschecken. Hier oben seht ihr den Inselcode, beziehungsweise auch unten in der Beschreibung, überall verlinkt, könnt ihr gerne mal spielen, Leute. Wir gehen jetzt auf die Map rauf, werden mal eine Runde zocken und es gibt auch einige Challenges, die ich euch unbedingt zeigen werde, die wir heute natürlich auch in diesem Video testen werden. Zusätzlich wird es in den nächsten Wochen richtig dicke Turniere auf der Karte geben und ich werde die ersten Clan-Mitglieder suchen. Also Leute, macht gerne eine Challenge, ladet die auf YouTube hoch mit dem Hashtag Boss Wars. Ich gucke mir das Ganze im Stream an und dann werde ich, falls ihr Bock habt in den Clan zu kommen, werde ich einige Leute nominieren, die sich dann nochmal beweisen müssen auf der Karte und dann geht es richtig ab. Und wir sind jetzt auch schon direkt drauf. Wir sind leider gerade down, weil die Runde gerade gestartet ist, aber kein Problem. Die Runde geht gleich wieder los und dann zeige ich euch, was man hier allgemein alles machen kann. So Leute, jetzt startet auch schon das Spiel und das Besondere bei der Map ist, wir können vier verschiedene Karten auswählen. Aktuell meine Favorite Map ist einmal Graceland und Iceland. Ich wähle mal jetzt Iceland, ich bin mal gespannt, Leute, was wir nehmen und jetzt können wir uns ein Team auswählen und zwar ein Team von einem Boss. Und hier hinten bei Fluff ist noch was frei, da gehen wir jetzt natürlich rein, Leute. Team ist direkt cool. Ihr seht hier, das ist richtig geil und zusätzlich kann man hier sich noch verschiedene Klassen auswählen. Wir nehmen mal jetzt die Classic-Klasse, das ist eigentlich so ein bisschen die meiste Schwitzer-Klasse, würde ich sagen. Und jetzt sind wir auch schon in der Runde drin und ich werde mir mal direkt hier, Leute, direkt hier die Gott-Tränke holen, weil das sind eigentlich so die wichtigsten, meiner Meinung nach, die gehen am meisten... Nein! Äh, Bro, Bro, vorbei, vorbei. Ich sag euch ehrlich, diese Waffe, das ist... Oh Gott, die gibt es sogar zweimal. Das ist krank. Freunde, die mythische DMR, ich werde euch die Waffe jetzt zeigen, die ist einfach zu geisteskrank. Ihr seht auch schon, hier ist Fluff, dann ist da Mioskulus, Bananenkopf, Bummiung, erstmal ins Auge geschossen und Fischstickmaster. Zack, Leute, das sind natürlich hier die Skins auf der Karte und da ist auch schon der erste Gegner. Ja, oh mein Gott, ich sag, DM... Leute, DMR-Waffe ist zu krass, sag ich ehrlich, DMR-Waffe ist wirklich viel zu heftig. Den ersten haben wir hier schon mal locker ausgeschaltet und jetzt gucken wir mal hier, ob... Oh, da hat schon einer markiert. Wir sind hier gerade auf der Desert-Karte. Bro, was sind die Freunde für Noobs? Oh mein Gott, 58, yes, one, yes, one. Ja, ja, okay, den werden wir gleich holen. Oh, in der Mitte, Leute, das Lama, da gibt es auch einen kleinen Trick, den werde ich euch auch noch zeigen. Der Typ ist Lost, der Typ ist Lost, glaube ich. Oh, der baut da schön, okay, Zone kommt jetzt langsam, da oben ist auch noch einer, guck mal hier. Oh, da sind sogar zwei, aber mit DMR... Oh mein Gott, 95er-Headshot, was, ey, ich sag euch ehrlich, ich liebe diese Waffe. So, wie Routin, was willst du denn hier? So, er hat 1 HP, er hat 1 HP. Ich hab ihm 95er und 91er gegeben. Bisschen heilen, Bro, kein Ding hier. So, will noch einer mal hier kurz der DMR Hallo sagen. Ja, die sind alle da am Campen. 58. Ich bin hier von der Seite, der Kollege will wieder ein bisschen Ärger. Ja, komm her, brauchst du gar nicht wegrennen. Warte, ich geh hinterher, Leute. Ja, das war's, das war's mit dem. Boah, der hat die Überlebensklasse, glaube ich, gezockt. So, wir müssen mal kurz hier einen Trank nehmen, jetzt wird es nämlich ein bisschen actionreicher hier. Oh, weil ich will auch die erste Runde, die ich euch hier zeige, natürlich, bei der eigene Web gewinnen. Was soll das denn? Da oben geht ein bisschen Fahrt. Oh mein Gott, was, wo kommt die da leer? Oh mein Gott, oh mein Gott, der hat guten Laser gedrückt. Ey, hier sind gute Schwitzer an der Round. Und wir sind wirklich gute Schwitzer. Wir haben zum Glück noch mehr als genug Kiel. Das Problem, ich habe keine MP. Ich muss jetzt nochmal gute... Oh mein Gott, nein, nein, nein. Nein! Nein! Oh! Bro, was? Holt ihn, holt ihn, holt ihn! Holt mich! Wiederbelebung! Bitte, bitte, bitte. Der eine wird mich finishen. Nein! Er wird mich finishen. Ja, okay, okay. Erste Runde ging vielleicht an die anderen. Aber nächste Runde werde ich mir das nicht gefallen lassen. So, Leute, wir sind jetzt in der neuen Runde dritten. Jetzt sollen wir hier uns erstmal unsere OP-Tränke holen. Ich habe gerade auch die Klasse gewendet, ändert. Und zwar in Default. Und zwar, das ist quasi das normale Loadout, was wir gerade auch in der Season haben. Und zwar, wir haben hier einmal Havok und natürlich die MP. Gib mir mal jetzt hier noch ein paar Tränke. Ey! Wie klauen wir mal meine Tränke? Was ist hier los? Wie will wir meinen Trank haben? So, dankeschön. Zack. Mann, wir haben leider keine epischen Waffen, beziehungsweise mythischen Waffen. Manchmal spawnen die einfach nicht. Ist halt so. Kann man nichts machen. So, ich habe jetzt Havok, MP und natürlich die guten alten Impulsgranaten. Die sind auch sehr wichtig natürlich fürs Movement. Und ich muss sagen, Leute, ihr glaubt nicht, hier sind die größten Schwitzer überhaupt drin. Also, die gehen die... Oh, guck mal hier, schwarzer Ritter wieder. Schwarzer Ritter, schwarzer Ritter. Easy, 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 easy. Oh mein Gott, oh mein Gott. Hinter mir war einer. So, schwarzer Ritter schon mal down, richtig. Was hat er davon? Das ist ja über uns. Über uns ist, glaube ich, einer. Impulsen, hochimpulsen. Team P, Team Guf. Okay, das sind wir doch, ne? Nee, ich glaube, ja. Ich glaube, ja, wir haben die Dings errungen, Slama. Das ist strong. Okay, ich will aber nicht zu hoch hier. Ja, ich wusste doch. Ich wusste, dass die runterschießen. Deswegen nie so hoch machen. Die schießen hier alle runter. Schnell noch einmal Supertrank. Und dann rein in die Olga. Er ist worden, er ist worden. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, was geht hier ab? Was geht hier ab? Das ist so eine Schwitzer Round. Bro. Okay, wir müssen jetzt hier Durchblick behalten. Ruhig, ruhig, ruhig. Nicht durchdrehen. Ich muss noch mal kurz weg, Leute. Der Nächste. Okay, das ist eine gute Round. Wir können kurz warten. Wir können die Zone kurz tanken. Sollte kein Problem sein. So, wir tanken jetzt die Zone. Gehen wir uns noch mal ein OPs, Slurpee. Dann impulsen wir rein und killen den Nächsten. Boom, Eldance. Wichtig, wichtig, wichtig. Hier ist die drinnen. Wo ist der? Wir leben die wieder? Boom. Easy, Leute. Easy, easy, easy. Das wird unsere Runde. Das wird unsere Runde. Ich hab's euch gesagt. Jetzt drehen wir komplett durch. Bro, der Modus bockt so, ne? Ich sag euch ehrlich, aber hier werdet ihr auch unnormal gut. Also, wenn ihr den Modus wirklich regelmäßig zockt, wenn wir Tournaments und so starten, dann müsst ihr eh ein bisschen trainieren. Aber ihr werdet schnell sehr, sehr gut, sag ich euch ehrlich. Weil die Fights sind hier realistisch. Wisst ihr, was ich meine? Das ist nicht irgendwie so eine andere Zone Wars Map, wo alles flach ist. Hier ist das Dings halt dementsprechend, dass das, ja, Terrar, sag ich jetzt mal. Ist der da oben? Zwei noch? Ne, der letzte. Bro, der ist nicht schlecht. Bro, was macht ihr da? Will ich hier noch machen? Jetzt war's. Oh, er liebt immer noch. Jogi, was ist mit ihm? Bro. Bro, was? Ich bin so schlecht. Was ist das für ein... Tryhard, ey? Ich kann's nicht glauben, was hier gerade passiert ist, Leute. Ich kann's nicht glauben, wenn wir die Runden jetzt noch verlieren, da weiß ich auch nicht. Ey, hä? Hä? Was? Ah, der hat aber auch OP-Schrotflinte, Junge. Guck mal, der hat so eine OP-Schrotflinte. Ne, 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 der wird gewinnen, glaube ich sogar. Ach, du Kacke, was geht hier gerade ab? Wer wird's schaffen? Ey, ich dachte, der wäre low. Aber der hat noch 900 Mets. Ja, das war's. Das war's mit ihm. Das war's mit ihm. Oder? Oder? Ich hab aber auch keinen Aim gehabt, muss man auch sagen. Ne, das war's. Nimm super Trank. OP-Trank. Er muss OP-Trank nehmen. Oh mein Gott, der macht den Grady. Was? Ey, ich glaub's. Ich glaub's echt nicht, was hier gerade passiert. Ich glaub wirklich nicht, was hier gerade passiert. Er hat nur einen Splashy. Zone ist absolut klein. Zone wird jetzt maximal klein. Er macht wieder den Grady. Ey, wenn ich das hier verliere. Ey, wenn der uns alle auseinander nimmt, dann dreh ich aber durch. Der hat auch 100 Leben wieder. Oh Gott, er verliert Zone. Oh mein Gott. Er kann auch den Baum kaputt machen. Ne, das ist nicht clever, was er macht. Das ist... Bro, das ist ganz und gar nicht clever. Er muss ihn... Ja, das war's. Er verliert. Bro, der eine muss einmal treffen. Nein. 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 Was? Wir haben noch gewonnen. GG, Leute. Win ging noch an uns. Ey, dass ich ja auch durchgedeht hätte, hätten wir es nicht geschafft. Okay, Leute, ich wechsle jetzt noch mal die Klasse. Und zwar, ich nehme jetzt die Rusher-Klasse. Muss ich auch sagen, eine sehr, sehr stronge Klasse. Mal gucken, wie wir gegen die antreten hier. Weil das sind hier auf jeden Fall die sehr, sehr krassen. Hier, guck mal, das sind so richtige Schwitzer-Team. Die gehen immer in die gleiche Runde rein. Ja, ja, ja. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, Alter. Die werden wir jetzt aber holen. Wir werden uns die safe holen. Okay, wir werden jetzt quasi die Pumpkan einmal auswechseln, weil die feiere ich nicht so. Wir gehen auf das taktische Sturmgewehr. Und dann... Da drüben ist direkt das Schwitzer-Team. Direkt das Schwitzer-Team. Ich gehe mal kurz in deren Base, Leute. Oh, er kommt direkt zu mir. Bro! Das war's. Das war's. Das war's. Das war's mit ihm. Oh, mein Gott. Bro, die wollen jetzt richtig... Weil ich Loser-Dance gemacht habe, wollen die jetzt richtig durchdrehen auf mich. Aber das Sturmgewehr ist strong. Guck mal, Bro. Sagt doch, Sturmgewehr ist strong. Die haben gute Hits. Sehr, sehr gute Hits. Wir müssen nur rankommen. Nachladen beide. Ah, wo seid ihr, hä? Nein! Bro. Nicht gut, nicht gut. Wir müssen wieder blämen. Nein. Oh, mein Gott, Bro. Die denken, das ist World Cup hier. Was geht denn hier ab? Ey, die denken richtig World Cup. Ich will die Pumpka mitnehmen. Okay, die haben gute Hits wieder. Gute Hits von Starnibunny. Oh, mein Gott. Bro, was passiert hier? Die können wieder noch Leben haben. Ich check's nicht. Das war der andere Schwitzer. Okay, easy. Wir müssen jetzt aufpassen. Ich muss jetzt defensiv spielen. Ich bin der Einzige aus meinem Team. Das ist gar nicht gut. Okay, ich gehe ganz da oben. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Easy. nein leute was war das denn wieder für eine road gewesen das sind heftig leute und ich sage euch ehrlich aber dafür stellen wir uns gar nicht so schlecht an so kommen wir machen jetzt noch eine runde wo ich was ganz klar und zwar ich werde neue klasse nehmen und zwar ich werde jetzt die ich will eine klasse nehmen wo ich auch gewinnen kann wir haben noch die challenges klassen aber ich glaube ich werde ich muss noch mal die classic klasse nehmen um mir zu gewinnen weil das team hier das kann ich nicht akzeptieren und ich glaube wir sind einer zu viel ich dachte gerade oh mein gott ich habe die mythische die mythische harburg ja let's go let's go was das hier noch oh mein gott die gibt mir die zwei mit okay jetzt vorbei jetzt also wenn wir die runde nicht gewinnen fressen besen dann fressen besen dann werde ich den freundes anfrage senden und dann sind die auf der freundesliste dann so glaube ich sind das sogar die ersten leute im stsk clan wenn die mich hier noch mal besiegen sollten team fischstick hat sich hier direkt das lama geholt ich gehe jetzt mal ein bisschen von der seite weil team pili ist nämlich dahinten das ist nämlich das schwitzer team und ich gucke mal ob vielleicht hier noch welche in der base drin sind die wir uns auf freshness holen oh mythisch da brauchen wir aber beide nicht uninteressant beides uninteressant mythische waffen mal da ist einer hier von team pili da aha gute hits gute hits team ist direkt hinter mir gutes team wird oh mein gott wichtig 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 und jetzt eigentlich rein jetzt rein jetzt rein richtig weg team ist gut das war's oh mein gott roo smarter move ich muss mir op dran geben aber easy wir schaffen es wir schaffen es runde ist noch nicht vorbei ist noch mal op tragen noch mal hier bußgranaten das war nicht gut okay nachladen nein das war nicht gut das war nicht gut okay wir sind unter uns wir haben high ground 190 nein nicht gut kein problem ich glaube der eine würde wieder full life haben wegen schild und der andere schild anzone naja schild anzone das war's jungs wir haben euch gebrochen ja let's go boom leute geil 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 ey leute checkt auf jeden fall mal die map aus wenn ihr bock drauf hat wir sind wieder komplett durchgedreht eine absolut geisteskranke map leute ich hoffe euch hat es gefallen lasst ein like und ein abo da das war's gewesen tschö büro tschö büro